Herzlich willkommen zu diesem neuen Kraftkiste Video. Heute schauen wir uns gemeinsam das Maximumprinzip von Cecil bzw. von Coach Cecil an. Im Maximumprinzip erfährst du ganz egal ob du männlich bist, ob du weiblich bist, ob du Muskeln aufbauen möchtest, ob du Fett abbauen möchtest, wie du dauerhaft und nachhaltig deinen Traumkörper erreichst. Dabei geht es um drei Grundprinzipien, einmal Motivation und Wissen, Ernährung und die Workouts dazu. Gleich vorneweg, das Maximumprinzip ist meiner Meinung nach eins der besten Trainingsprogramme, obwohl es nicht nur das ist, sondern viel mehr. Dazu kommen wir dann noch gleich, da du das Ganze eben auf dich anpassen kannst. Ich möchte dir im Video einen Einblick in das Maximumprinzip geben. Ich möchte zeigen, was dich daran erwartet. Es ist eine 8 Wochen Komplettausbildung mit mehreren 100 Videos zu den einzelnen Bereichen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt rein und ich zeige dir, was dich im Maximumprinzip von Cecil erwartet. Gleich vorneweg, du kannst dir das Maximumprinzip über den Link unterhalb des Videos mit Bonus sichern. kraftkiste.com slash Cecil, so wie du es hier siehst und wenn du dir das Maximumprinzip über diesen Link kaufst, bekommst du zusätzlich von mir dazu meine Supplement Secrets im Wert von 97 Euro, wo ich dir zeige, welche Supplements die größte Wirkung auf deine Fettverbrennung und auf deinen Muskelaufbau haben. Und das sind Supplements, die oft nicht wirklich besprochen werden, die meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung im Bereich Bodybuilding, im Bereich Muskelaufbau, im Bereich Fettverbrennung bekommen. Das alles zeige ich dir in den Supplement Secrets. Ich zeige dir da, von welchen Supplements ich rede. Kostet normalerweise 97 Euro. Es handelt sich hier um einen Videokurs, wo ich auf diese einzelnen Supplements eingehe. Kostet normalerweise 97 Euro. Schenke ich dir zum Maximumprinzip von Cecil kostenlos dazu, wenn du dir den Kurs über den Link unterhalb des Videos sicherst. Zusätzlich bekommst du von mir dazu meine Lean Body Hacks. Da zeige ich dir, wie du fettfreie Muskelmasse aufbauen kannst. Kostet normalerweise 147 Euro. Schenke ich dir in der Kraftkiste kostenlos dazu. Und meinen Testosteron Booster Plan, wo ich dir, wie der Name schon verrät, zeige, wie du es schaffst, deinen Testosteron Wert dauerhaft, nachhaltig und natürlich zu erhöhen. Kostet normalerweise 197 Euro. Ist auch ein kompletter Videokurs. Schenke ich dir zum Maximumprinzip vom Coach Cecil dazu. Sichere dir dazu einfach das Maximumprinzip über den Link unterhalb des Videos. Kraftkiste.com Alles klar, dann schauen wir direkt mal in den Kurs rein. So, und hier befinde ich mich auch schon im Mitgliederbereich vom Maximumprinzip. Und du siehst hier bereits, so sieht das Ganze aus. Das heißt, wenn du dir das Maximumprinzip sicherst, wählst du erstmal direkt aus, bist du männlich, bist du weiblich, was ist dein Ziel? Fett abzubauen, Muskel aufzubauen, in welcher Konstitution befindest du dich aktuell? Bist du ein Sportler, bist du kompletter Einsteiger oder bist du vielleicht schon Profi? Und basierend auf diesen Angaben wird dir dann der richtige Kurs vom Maximumprinzip hier freigeschalten. Ich möchte jetzt in diesem Video auf die Gewichtsreduktion Einsteiger eingehen, weil ich einfach Nachrichten bekommen habe, ob ich nicht diesen Kurs mal herzeigen kann. Ich möchte dir hier mal zeigen, was dich hierin erwartet. Also, erstmal sind wir hier in der Übersicht. Du bekommst hier eine Free-Tour, wo dir nochmal alles erklärt wird, was hier enthalten ist. Ich möchte dir aber als erstes mal hier das Video von Cecil zeigen. Herzlich Willkommen im Maximumprinzip. Ich freue mich mega, dass du das Programm gebucht hast und wir werden acht richtig geile Wochen haben. Jetzt, dieses Video ist eine kleine Übersicht, also eine kleine Navigation, damit du dich wirklich zurecht findest in meinem Programm. Und wir gehen das mal durch. Also hier, du bist auf einer Übersicht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass hier zum Beispiel alle Programme der Damen sind und hier unten sind alle Programme der Männer. Das heißt, Gewichtsreduktion Einsteiger, Profisportler, genauso beim Muskelaufbau Einsteiger, Profisportler. Hier unten geht es zum Sportbereich, aber der ist auch in jeder Wochenübersicht. Da gehen wir gleich drauf ein. Viele machen den Fehler dann, dass sie sagen, ja hier, die gucken gar nicht runter, sondern die sind einfach hier und sagen, okay, Free-Tour habe ich irgendwann mal gemacht, aber ich habe ja jetzt gekauft. So, ich habe ja jetzt bezahlt und hier ist die Free-Tour, aber hier sind ja Schlösser dran, da kann ich ja gar nicht drauf. Das geht ja gar nicht. So, und Ceci, was ist denn los? Ich habe doch bezahlt. Nein, hier einmal zurück und dann siehst du hier auf der Übersicht dein Programm. Also hier ist jetzt freigeschaltet zum Beispiel Damen, Gewichtsreduktion, Einsteiger. Wenn ich ein Herr bin und habe dann zum Beispiel den gleichen Plan, wäre es dann hier freigeschaltet. Das heißt, dein Programm ist jetzt hier freigeschaltet. Wenn du danach zum Beispiel Sportler machst oder Profi machst, sind die dann dementsprechend auch freigeschaltet. So, deswegen nicht auf der Free-Tour gucken. Nach sieben Tagen ist das auch sowieso abgelaufen und dann kannst du es auch nicht mehr sehen. Deswegen, wenn du bezahlt hast, dann bist du nicht mehr hier in diesem Free-Tour-Bereich, sondern dann kommst du hier rüber und gehst auf dein Produkt. Und dann kommen wir in deine Wochenübersicht. Und da sind jetzt erstmal Videos der verschiedenen Woche. In der ersten Woche hast du natürlich nur die Videos der ersten Woche freigeschaltet. Das ist sehr wichtig. Das baut sich nämlich ganz genau und komplett durchdacht aufeinander auf. Deswegen, da gehst du auf jeden Fall erstmal in die erste Woche. Und die zweite Woche wird dann auch dementsprechend erst sieben Tage später freigeschaltet. Und dann die nächste Woche. Also wir gehen wirklich von Woche zu Woche. Das ist ganz wichtig. Hier hast du jetzt deine Wochenübersicht. Hier sind die Videos. Und was ganz wichtig ist, das erkläre ich schon im ersten Video. Du musst erst alle Videos wirklich gucken. Den größten Fehler, den du jetzt gleich machen kannst, ist sofort zu suchen. Ah, wo ist mein Trainingsplan, Ernährungsplan? Ich fange sofort an. Nein. Das ist nicht das Maximumprinzip. Das Maximumprinzip ist ein wirkliches Coaching. Du musst, alles ist aufeinander aufgebaut. Du musst die Videos erst gucken. Das ist so, so wichtig. Manche gehen dann hier auf. Ah, alles klar. Hier sind die Übungen. Und dann kommt die nächste Seite. Und dann sagen sie, ah, aber hier sind ja so viele Übungen. Ich verstehe das gar nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Nein. Alle Videos erst mal gucken. Dann wirst du sehen, dass das alles aufeinander aufgebaut ist. Erklärung zu deinem Trainingsplan. Dein Trainingsplan, Damen, Einsteiger in diesem Fall. Wie du alles machst. Dann hast du unten hier dein Trainingsplan, Ernährungspläne, Kochrezepte. Also du hast praktisch zu deinem Plan, den du machst, hast du einen Plan, wo ich es vormache, die Übung. Dann hast du eine Erklärung, warum wir die Übung nacheinander machen. Dann hast du deinen Trainingsplan auch noch als PDF. Können wir mal drauf gehen. So, dass alles abgestimmt ist. Hier liegt dann dein Trainingsplan drin. Hier sind die verschiedenen Ernährungspläne. Jetzt bei der Gewichtsreduktion. Da unten sind Kochrezepte. Und du siehst es auch hier oben an der Seite. Also hier sind die Übungen erklärt. Wenn du dann zusätzlich, du hast schon eine Erklärung zum Trainingsplan. Dann hast du deinen Trainingsplan, wo ich es vormache. Dann hast du eine PDF. Und wenn du dann sagst, ja okay, aber die einzelne Übung habe ich noch nicht ganz gut verstanden. Dann kannst du die Übung hier raussuchen und da nochmal die Erklärung zu jeder einzelnen Übung haben. Aber hier sind alle Übungen des Maximumprinzips drin. Deswegen nur, wenn du eine Übung nicht verstehst, kannst du sie hier nochmal nachgucken und dir erklären lassen. Dann haben wir hier den Kalorienrechner. Da sage ich hier im Video Kalorienberechnung. Das ist ganz individuell nur für dich. Und hier ist der Kalorienrechner auch verlinkt. Dann haben wir die Rezepte zum Runterladen. Das sind PDFs, das kannst du auch runterladen. Und dann haben wir meine Link-Empfehlungen. Also hier sind alle Empfehlungen, weil viele fragen mich auch, Sessi, da aber wo sind denn die Links? Hier sind alle Link-Empfehlungen drin. Und da wirst du alles, wovon ich spreche, wiederfinden. Okay? Und es kann grundsätzlich auch sein, dass mal das Design ein bisschen anders ist. Also dass es zum Beispiel mal eine andere Farbe der Schrift ist oder irgendwas ein bisschen umgestellt. Aber im Grundsatz wird es immer so bleiben, dass du hier Übungen hast an der Seite, Kalorienrechner, Rezepte, Links zu den Produkten. Dann hier unten dein Trainingsplan, Ernährungspläne. Und was ganz wichtig ist, ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir nicht auf Snapchat, Facebook, Instagram, überall, sondern geh wirklich nur auf diese Seite. Entweder hier oben Support oder hier Support. Und immer alles nur auf meine E-Mail-Adresse info at maximumprinzip.com. Hier sind schon einige Fragen, die häufigsten Fragen beantwortet. Da wirst du auch noch ein Video zu sehen. Aber was ganz wichtig ist, dass es nicht so gestreut ist, sondern dass die Fragen wirklich nur an die E-Mail-Adresse gehen, info at maximumprinzip.com. Genau. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt erstmal kurz eine kleine Einweisung, dass du dich zurecht findest, eine Orientierung gegeben. Und lass uns richtig Gas geben. Und was wichtig ist, wirklich alle Videos erstmal richtig angucken. Am besten alle Videos fünfmal angucken, bevor du überhaupt den Trainingsplan und Ernährungsplan anguckst. Okay? Und dann wirst du den aller, aller, aller größten Erfolg haben. Also viel, viel Glück und eine tolle Zeit im Maximumprinzip. Ja, das hat ja Cecil schon mal super erklärt. Da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Wir schauen jetzt erstmal direkt in den Gewichtsreduktion-Einsteiger-Kurs hier rein. Und wie er dir schon gezeigt hat, ist das Ganze in acht Wochen aufgebaut. Ganz egal, ob du das als Frau verwendest. Ganz egal, ob du das für den Muskelaufbau verwendest. Du hast immer die einzelnen Module aufgeteilt in acht Wochen und hast hier im Prinzip ein Coaching, wo du Woche für Woche durchgehst. Das heißt, du fängst logischerweise mit der Woche 1 an und machst die Videos Schritt für Schritt durch. Wenn du mit diesen Videos fertig bist, dann gehst du weiter zur zweiten Woche. Du hast hier, wie Cecil bereits erklärt hat, Übungen, Kalorienrechner, Rezepte, die du aber erstmal nicht brauchst. Denn du solltest erstmal alle Videos ansehen, um das Ganze hier zu verstehen. Um die Grundlagen zu verstehen, was ist wichtig, um Fett abzubauen, eventuell auch gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Was solltest du essen, wie solltest du die Übungen gestalten, welche Nahrungsergänzungen solltest du dabei nutzen, wo ich hier sagen muss, ich habe das Ganze nochmal mit den Supplement Secrets, die du in der Kraftkiste dazu bekommst, vervollständigt. Das sind meiner Meinung nach die Supplements, die hier noch fehlen. Bekommst du in den Supplement Secrets kostenlos dazu, wenn du dir den Kurs über den Link unterhalb des Videos sicherst. Dann hast du hier dabei die häufigsten Fragen, Ausdauer, Fettaufbau und so weiter. In Woche 2 geht es dann direkt weiter. Einleitung, bei mir funktioniert keine Diät und so weiter. Was solltest du wissen zum Cheat, was solltest du wissen zu Süßstoffen, was sind die typischen Fehler im Fitness und so weiter. Und so baut das Ganze hier chronologisch auf. Und wenn du hier genau die Schritte von Cecil einhältst, wirst du extrem schnelle Ergebnisse erzielen. Wie gesagt, nicht umsonst denke ich, dass das einer der besten Fitnesskurse am Markt ist. Nicht zuletzt, weil du den genau auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. In diesem Fall Gewichtsreduktion für Einsteiger. Sondern auch, weil Cecil meiner Meinung nach von Ernährung die meiste Ahnung hat von den bekannten Fitnesscoaches da draußen. Dann geht es direkt weiter mit der Woche 4. L-Carnitin und Booster, hohes Verletzungspotenzial und so weiter. Woche 5, worum geht es hier? Stärken trainieren, Flammkuchen, Cellulite, Turbo-Diät und so weiter. Ich denke, ich muss hier gar nicht mehr genauer darauf eingehen. Das war es zum Maximumprinzip von Cecil. Wie gesagt, du hast hier alles drinnen, was du brauchst. Wichtig ist halt wirklich, dass du Schritt für Schritt genau die Wochen so durchmachst, wie das Cecil sagt. Dafür sorgt er auch, indem er dir den Kurs Woche für Woche freischaltet. Schau dir als erstes die Videos an. Dann mach die Übungen. Je nachdem, wie sie dir im Video aufgetragen werden. Und so kannst du dann sehr, sehr schnelle Ergebnisse erzielen. Wie bereits erwähnt, du kannst dir das Maximumprinzip von Coach Cecil über den Link unterhalb des Videos mit Bonus sichern. Kraftkiste.com slash Cecil. Das ist direkt der erste Link unterhalb des Videos. Und zusätzlich bekommst du von mir dazu in der Kraftkiste meine Videokurse, die dir bei dem Erreichen deines dir gesteckten Ziels nochmal helfen werden. Einmal bekommst du meine Supplement Secrets dazu, wo ich auf weniger bekannte Supplements eingehe, die aber meiner Meinung nach einen der größten Effekte auf den Muskelaufbau und auf die Fettverbrennung haben. Kostet normalerweise 97 Euro. Schenke ich dir in der Kraftkiste kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach das Maximumprinzip über den Link unterhalb des Videos. Kraftkiste.com slash Cecil. Zusätzlich bekommst du von mir dazu meine Lean Body Hacks im Wert von 147 Euro, wo ich dir zeige, wie du fettfreie Muskelmasse aufbauen kannst und meinen Testosteron Booster Plan, wo der Name Programm ist, wie steigerst du deinen Testosteron Wert. Durch die richtige Ernährung, durch die richtigen Supplements und durch das richtige Training. Kostet normalerweise 197 Euro. Schenke ich dir in der Kraftkiste zum Maximumprinzip von Coach Cecil. Dazu sichere dir dazu das Ganze einfach über den Link unterhalb des Videos. Kraftkiste.com slash Cecil. Und vergiss nicht mir eine E-Mail an bonus at kraftkiste.com zu schicken, sobald du dir das Maximumprinzip gesichert hast, damit ich weiß, wohin ich dir deine zusätzlichen Bonuskurse freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute und viel Trainingserfolg. Ciao.